Hallo meine lieben Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde. Kommt, Jube? So, hier. Ich will die Schnecke sein. Schnecke ist eigentlich nicht so gut, oder? Egal. Kann ich besser um die... Kann ich besser um die... Dieses Ding da hinten will ich nicht mehr zurückkriegen. Ich kann zurück. Oh. Ah. Nee! Ah, ich hasse dich. Ich hasse diesen Typ wieder. Nein, das will ich dich. Oh nein, ich will jetzt ja unten. Ich werde diese Runde hier schaffen. Oh, sehr gut. Ernsthaft? Mit dem extra schaffe ich es nicht. Nein! Oh, ich habe es geschafft. Ich sehe. Der war wach. Nein, Schala. Ich habe es an meinen gewonnen. Cool. Ja. Ah, ich bin der Gelbe. Ah! Der ist auch. Hey, ich bin der Schwarz. Was ist eigentlich da unten? Was? Oh. Haha. Ich habe schon gewonnen. Ich stehe. Ich bin nicht gut im Spiel. Schlecht. Oh, nur noch viel Zeit. Aha. Das ist zu lange aus. Können die leichten Weg abkürzen. Schaffst du jetzt. Schaffst du jetzt. Oh. Schreck. Ich bin auch eigentlich gar nicht so gut, neulich hab nur bisher immer geholfen. Ich bin wirklich nicht so gut geworden. Nein, 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 nein. Ja, genau! Mann, es war klar, dass es passiert! Aber warum fährt er auch so gut auf Kurven? Wenn er anders gefahren wäre, dann hätte ich mich noch länger überlebt. Schade. Jetzt ist es auch wirklich erlaubt. Das war gerade so dritter. Au! Ich kann weiter voll... Oh! Ey, nicht weg abschneiden. Uh, das war gerade ganz knapp mit Nix. Und wenn er das gerade nicht eingesammelt hätte... Ich bin voll Alarm, ey. Ich muss noch durch und echt... Nein! Ich verarsch nicht! Ich stehe! Scheiße! Scheiße, Mann! Wieso hofft, dass ich mich seit dem Einzelnen da bin? Ich hab's doch nicht gemacht. Nein! Wieso? Ich bin schlecht! Wir sind schlecht! Du bist schlecht! Nein! Mist! Schade, Mann! Ich hätte ihn ein bisschen vorher abbiegen können! Soll! Ich bin mal besser als du! Was? Am Montag hatte ich so gute Zähne! Das war nicht so schlecht! Ja! Ich hab gewonnen! Du hast nicht gewonnen! Doch! Nein! Scheiße! Ich bin aber zwei! Immer noch Erster! Nein! Ich will los! Ich will los! Nein! Ich will los! Ich will los! Geh lauf! Geh lauf! Was gehört auf? Ich mach den Weg ab, hallo. Ah, dieser arme Wurster, der gerade den Weg abgespielt hat. Nein, du machst das denn? Ich hasse dich. Äh, O-Jerven. Ja! Nein! Wieso? Wieso Papiersturm bist? Dieses Scheiss-Spiel! Haha! Ach, was ist das denn? Hey, du bist doch gestorben! Ja, wie ist das denn? Ich bin doch kein Hacker! Hallo! Hallo, was ist das? Was ist das? Ich darf ja nochmal probieren, weil es nur eine Connection hat. Ich bin doch nicht. 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 Nein! Nein! Ich bin besser. Das ist ein bisschen wirklich schlecht gerade. Ich bin leider. Ich bin aber nur noch besser als du. Nein! Ich bin besser. Du machst besser. Wann bin ich besser als du? Jetzt bin ich noch besser als du. Oh, du bist der Beste. Wieso? Jetzt soll das erstmal was? Nein! Das ist doch gestorben. Das ist ein großer Punkt. Du schaffst die Kurve nicht? Scheiße! Du bist so Baby einfach wirklich. Du bist ein Hälzer. Du bist ein Cheater. Der hat dich überholt? Nein, das lass ich mir nicht mit dir gehen. Der hat dich überholt. Hat er nicht? Doch, hat er nicht. Haha, den Vorsor. Bitte! Scheiße! Nein! Er hat einen Punkt mehr als ich. Er hat einen Punkt mehr als ich. Schade, jetzt nicht mehr mit ihm zu Spaß nicht. Hey! Hey, ich bin auch, ich bin weiter oben. Nein du, ja du bist aber hast genau gleich viel Punkte, das zählt nicht. Für er hatte auch gleich viel Punkte gehabt. Hast du es nicht? Wenn der jetzt reingeht, dann ist das eine richtige Nudel. Was ist jetzt? Nein! Ui! Ja, ich hab gewonnen, du Noob! Aber du... Ich hab... Uh, wegen zwei Punkten, du Noob! Ja, am Anfang war ich mit sieben Punkten. Nein! 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 Mami! Oh... Ist das das meiste Ding, was ich kenne? Moment, da ist jemand. Was machst du? Okay, nein, das muss ich voll schaffen. Wo ist das? Bip! 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 Oh, jetzt muss ich wieder Gas hin. Uh, Glück, Glück, Glück. Oh, Scheiße, Scheiße, nicht. Nicht, 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 nicht. Nimm die Lama-Schnacke hier. Ach, schade. Ist das noch bollig? Oh, ich bin gut. Ich weiß nicht, wie viel Platz. Wir hätten uns alle durch so... Ja, nein! Wegen... Wegen... Zwei Punkten bist du vor mir! Zwei Punkte ist total viel. Das ist wenig. Im Endeffekt ist es viel. Und weil ich jetzt gewinnen werde, ist es noch mehr. Ich bin eine fette Wurst. Richtig fette Wurst. Ich bin eine dünne Wurst. Und ich habe jetzt schon so gut wie gewonnen. Oh, Scheiße, ich habe 37. Und du hast 41? Nein! Ich bin ein paar Musik dazu... Schade... Oh, nein! Hahahaha... Wie harm von unten ist das Klasse? Sie haben wirklich gut geliefert... Als in Wurst.